Einen schönen guten Morgen meine Damen und Herren, mein Name ist Christian Zoller, ich bin Analyst bei BöseDaily.de und ich präsentiere Ihnen den ING Markets Morning Call für Mittwoch, den 13. November. Starten wir gleich mit dem Tagesschart vom Vortag. Wir sind hier weiterhin im Bereich von 13.300 Punkten. Wir sind bei 13.283 Punkten mit einem Aufschlag von 0,65% aus dem Handel gegangen. Möglicherweise bilden wir nun hier im Bereich von 13.300 Punkten einen Doppeltop. Vorwürstlich befinden wir uns nämlich schon wieder deutlich tiefer im Bereich von 13.220 Punkten am frühen Mittwochmorgen und der Kreis ist aktuell wieder von Blau auf Rot gedreht am frühen Morgen. Insofern befinden wir uns aktuell wieder im Short-Modus. Und diese schnelle Abfolge von Farbwechseln von Blau auf Rot, von Rot auf Blau und dann wieder von Blau auf Rot aktuell könnte nun darauf hindeuten, dass wir wirklich einen Verlaufshoch nun erreicht haben bei 3.300 Punkten und dann möglicherweise wieder nach unten abdrehen. Es ist weiterhin darauf zu achten, wie sich die Farbe des Kreises nun entwickelt. Solange wir nun den roten Kreis haben, ist mit weiter fallenden Kursen zu rechnen. Solltet ihr wieder auf Blau umschwenken, werde ich das natürlich gleich im Kommentarbereich bei YouTube mitteilen. Machen wir dann weiter mit dem Wochenschart. Im Wochenschart sieht die Lage noch etwas anders aus. Wir befinden uns hier zunächst einmal klar im Aufwärtstrend. Und wir haben die Marke von 13.350 Punkten. Das wäre dann die nächste wichtige Widerstandsmarke, die rote gestrickelte Markierungslinie, noch nicht erreicht. Und solange wir nun über 13.000 Punkten notieren, wäre diese rote Markierungslinie der nächste Anlaufpunkt nach oben. Erst unter 13.000 Punkten würde sich die Lage im großen Bild eintrüben und wir dann möglicherweise vor einem weiteren Rücklauf stehen, Richtung 12.750 Punkte, wo sich dann die dunkelgrüne Markierungslinie befindet. Werfen wir dann noch einen Blick auf den Monatschart. Der Monatschart ist sehr wichtig im großen Bild, weil er hier die überkaufte Lage aktuell zeigt und die enorme Anspannung im DAX. Wir befinden uns hier nämlich direkt am oberen Bollinger Band im Monatschart. Und das deutet auf enorme Überkauftheit bereits hin. Abgesehen davon verläuft nur kurz darüber über diesem oberen Bollinger Band der obere Fibonacci-Faker hier, diese blaue Linie. Und diese hat sich in der Vergangenheit immer wieder als wichtiger Widerstand bzw. als wichtige Unterstützung dargestellt. Dieser Fibonacci-Faker hat in den vergangenen 10 Jahren immer wieder die Hoch- und Tiefpunkte der jeweiligen Bewegungen gut eingefangen und hat dementsprechend wichtige Bedeutung. Gut, dann wären wir schon wieder durch für heute. Ich melde mich am morgigen Donnerstag wieder mit dem ING Markets Morning Call und eventuell dann mit Kommentaren unter dem Video, je nach Verlauf. Und wie gesagt, bitte darauf achten, ob der Trendindikator die Farbe wieder wechselt. Der ist aktuell rot. Sollte der auf blau umschwenken, werde ich das natürlich direkt dann im Kommentarbereich unter dem YouTube-Video mitteilen. Viel Erfolg im heutigen Handel und bis morgen. Bis zum nächsten Mal. Cheng